Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier aufs Family League und zwar gerade hier so ein Zombie-Hund begegnet. Wir lassen mal ihn fliegen. Und jetzt kommen wir mal an einen neuen gehen. Also hier ist Wüste. Nicht mehr so kalt. Kurz mal in den Kerl gucken. Also kurz. Hier ist ein Friedhof. Darf man gleich mal reingucken. Okay. Schlaf weiter. Schlaf mir. Da hinten waren wir gewesen. Wollte nur mal nachschauen. Ja. 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 Munition. Schießpulver. So. Schaufel. Jagdmesser. Axt, Pickel. Können wir hochnehmen. Dafür können wir lieber was reinütfen wir brauche. können ja eine magnum zum beispiel da macht jeder was sein schon gefunden so da haben wir da haben wir hier ist nur ein kleiner fredorf guten nägel wie immer gleich weiterfahren vielleicht finden wir hier noch ein schönes häuschen ein 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 2. Coyote! Gibt's doch gar nicht! Du Mistvieh! Ich baue ja auch Knochen, ne? Für mein Kleber. So, was haben wir jetzt? Schau mal Sheriff. Bettys, hab keine Ahnung. Tuchbank wie Westernstadt hier. Wahnsinn. Und dann keine Bibliothek. Das haben wir nie gehabt. Wann? 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 Überladen Ah, Bier ist nicht gut Das macht mich düsig Wie geht man zum Moped? Oh no Der Pärschwach, ja voll heißen Hotel Hotel Bleibt auch ein Mario? Ja, alles scheint so Häuser, die sind nur Tiere Da war noch eine Kirche Galgen Geh mal noch eine Schere frei, ne? Da hat er ein bisschen Waffen Anklopfen Mit Oh Ah, genau. Das würde ich von dir sehen. Gut, viel Lupen kann man nicht mehr, ne? Bist du ein Knast? Ich befreie dich. Weil ich eins nicht mag, dass er eigentlich mein Lehrmacht jetzt. Jetzt dreht das Herz. Ah, so essen kann man gleich auch was. Was ist denn mittlerweile dunkel hier rein? Und nochmal was essen. ZEV gibt oft was zum holen. Das sagt mir jetzt nix. Wasserreinigungsmod. Aha. Schauen wir hier rein. Obwohl ich eigentlich schon voll bin. Ich muss erstmal anklopfen. In den Knast gehen wir nicht rein. Wir machen einer der Tür zu. Ja. Kurz Luft holen. Warte geht's. Dann werden wir wieder aufhören. Dann kriegt man drei, vier Punkte. Ein Punkt ist ein wenig. Das sind ja, natürlich. Dann waren wir noch gespannt, wie es drin ist. Mimition ist gut. Oh, geht sogar mit der Zahne, vielleicht kann ich nicht ganz gut. Kann man das essen? Benutzen Das ist ein Risiko Gehe ich aber nicht zu. Kann man verkaufen. Oh, noch geht zurück, Junge. Leider keinen Zweck, denn wir sind voll wie sonst was. So, guck mal wo es ist. Aha, gut, das geht noch weiter. Geht auch hin. Aber das guckt man nochmal an, also jetzt mal zurück. Wir können ja nichts mehr machen. Mobul ist voll. Ich bin voll. Da ist die Kirche und da kann man her. Und zurück gehts. Also Neffen fehlt nicht mehr viel. Da sind wir bald noch kriegen. Also hundertprozentig in die Häuterung bauen. Wir haben ein bisschen Messing gefunden. Wir haben ein bisschen gesammelt. Beziehungsweise aus Türen gewonnen. Und das werden wir einschneiden. Dann haben wir schonmal hundertprozentig... ...hundertprozentig... ...hier wieder ein Geier. Warten wir in Ruhe. Die sind auch interessant, aber hier sind viele Zombies. ...hier wieder ein bisschen mehr gehört. Ne, anders, wenn wir heute noch zum Händler fahren... ...um ganz kurz ein paar Sachen verkaufen... ...und versuchen da Papier zu kaufen. ...und das, äh... ...heute oder im nächsten Fall nicht. In demnächst kann ich zurückkommen. Jetzt dauere ich ja noch ein bisschen. Jetzt dauere ich ja noch ein bisschen. ...und wir fahren jetzt um die Eiszone... ...oder links klettert rein. Ah, klettert rein. Das ist vielleicht noch eine Phase. Wir sehen. Äh... ...oder links klettert rein. Ah, klettert rein. Das ist vielleicht noch eine Phase. Wir sehen. Wenn wir Eishohle nicht fahren, ne. Das können wir hier... ...gut abkürzen. Das können wir hier... ...gut abkürzen. Wenn der lange Weg aufgeht, ne. ...weite Heimat. Haha. Also hier waren wir auch nicht überall, aber... ...naja gut. Wir hatten so viel zu holen. Also... ...weiß ja gar nicht, wo wir uns zuerst machen sollen. Ja, auch nicht heute. Jetzt nicht mehr. ...böse Straße. Böse Straße. Böse Straße. Für wir 10? Oh, nicht sogar nicht. ...böse Straße. Ja, wir haben schon gesehen. Da war nichts zu holen mehr. Kein Bücher. Ja, aber keine Bücher. Ja, aber keine Bücher. Ob wir dem Nachbarn auch gut fahren. Und da auch noch ist. Mal probieren, ne. Ja. Da gab's das Fahrrad mit guten Notionskästen. Schön safe. Bei mir im Haus war auch ein safe. Da hab ich die ersten... ...erste Pistolen gefunden. Mal gucken. Und das bauen wir ja nicht nach. Da ist ja so ein... ...so ein Schutztrick drin. Also man kann ja... ...ein Ding bauen. Da gab's da halt... ...und genau da. Im ersten Haus noch nicht. Also... ...erste Mal... ...Putz gesucht habe. Ja, ein bisschen toller mehr gefunden. Aber leider viel viel. Aber viel Messing. Muss man zusagen, ne. Messing ist ja auch... ...fass so die Munition. Den Rest haben wir ja, ne. ...der Spennton hier irgendwo bitte. So lange im Park kaputt gehe ich hier. So. Fast angekommen. So. 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 Also. Die Wand waren fertig. puedan... So, mal gleich mal gucken, ob wir eine Kiste reinpacken können, was ein Händler sein soll. Die Zolle zum Beispiel. Den nehmen wir auch weg, brauchen wir eh nicht. Also nicht viel, aber ob man die brauchen kann, weg. Den können wir eigentlich auch nicht brauchen. 4 oder 5, wenn ich verkaufe, dann weg. Den werden brauchen, auch, weg damit. Brauchen wir, erstmal vom Wasser, Wasser, den Händler. Weil das brauchen wir, brauchen, 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 brauchen. Mehr Sand ist nicht dabei, das haben wir schon gelernt. Magnum, das brauchen wir auch. Dann holen wir kurz Wasser, den wir brauchen können. Mit sieben Wasser kommen wir nicht weit. Wir dürfen eine Reserve zu haben, und schlecht. Wenn wir was machen wollen. Was wir Wasser brauchen, ist ganz gut, was wir da haben, ne? Wir brauchen keine Kleber mehr, aber man weiß ja nicht, ne? Da wir hier gleich am Wasser sind, könnte auch Schnee nehmen, das geht auch. Da nimmt er alles aus Wasser. Ja, traurigerweise sogar aus Wasser frisch. Und hier... Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Hier ist kein Zombie, komisch. Ich probiere den Regen auf. Gut. Das ist so. Ist er heute, ne? So, dann werden wir gucken. Ah ja, hier ist es trocken. Der Mund oder die Grafikkarte so heiß ist? 73 Grad. Was nennt der andere? 17. Na gut, aber dann geht der Luftarretier an, ne? Bei dem Gebäude. Bei dem Gebäude. Da haben wir 43 Prozent. 60 Prozent. So, Moped gucken ganz kurz. Was muss unbedingt mit hoch? Mit hoch muss das Ei das Essen. Mein Erdbohrer, ganz wichtig. Eisen nicht unbedingt. Das auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Mal gucken, was er für Werder hat. Knochen können wir stecken. Aber blei? Blei nicht. Auf hauptes Fleisch. Haben wir. Eisen. 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 Seure. Können wir schon verkaufen. Das digital ist auch nicht. Ein Platz zwei. Den ersten später. Geh mal gleich rein. Da führst du. Wollt doch zu. gemacht. Auch hier Zugbrücke. Na gut, wer rein will, ne? Da führst du die Tür auf, ne? Die Tür hört kein auf. Also dann muss man schon, äh, ja. Der wird auch Stahl machen, ne? Zumindest die ersten zwei rein. Und wenn du es nicht machst, dann bist du halt höher, ne? So. Das machen wir schon. Das machen wir schon. Da hatten wir noch schön Fleisch. Das bringt erstmal, äh, bisschen Aufdauer. Aber, die halten die auch nicht ewig, ne? So. Dann, ey. Dann werden wir schnellst mal uns ein hier. Blei, Messing. Nicht ganz schönes am Wert. Ein Schaden. Gibt da schon ganz schön was. Also es ist nicht groß. Raus. Rein. Türgif ist nicht so viel, aber besser wie nix, ne? So. So. Kaffee zu Kaffee. Und Samen. Äh. Fleisch. Für Würfe. Holkarlin jetzt. Das Apparat. So. Ein Bohrerl am Mann. Das kommt woanders hin. Triebes Wasser. Machen wir noch nicht rein. Machen wir hier rein. So. Verfaunes Fleisch. Machen wir auch rein. Das kommt hier unten rein. So. Mod. Knochen. Kommt woanders. Hier. Das werden wir auch woanders reinlegen. Wissen was. Wissen ist. Wir haben hier so ein Teil finden. Haubelein. Machen wir. Was können wir verkaufen. 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 Viel verkaufen. Machen wir auch verkaufen. Machen wir auch verkaufen. Ja. Verwende ich eigentlich nicht. Verwende ich eigentlich nicht. Aber weiter nie. Messe. Ohohoho. Wer braucht es, ne. ich bin begeistert drei könnten wir einschmelzen knochenkleber ein eisen dazu wir haben mal eine extra kiste bauen für mods, also das ist extrem viel gemacht und die waffen auch mag noch mal gut aber noch eine magnum nicht viel platz weg legen wir mal rein kurz gucken ich komme noch ein bisschen ein und wenn es weiter geht zum händler oder so dann geht man lebt mich rechtzeitig und dann bin ich dabei ich danke fürs reinschauen und höre und bis zum nächsten Mal tschüss